Ist das ein schönes Wetter hier. Richtig toll, herrlich. Wenn wir den Regen jetzt noch ein bisschen schöner machen von der Oberfläche her, wäre es auch ganz cool. Weil ich finde, du siehst zwar, dass es regnet, aber auf der Oberfläche kommt es irgendwie nicht an. So richtig. Klasse, ein Fragment. Klasse. Hallo. Ein Klasse-Fragment. Ich habe Angst, allein. Das glaube ich dir leider nicht. Na, kommt doch mal her. Na, kommt doch mal her. Muss halt. Ich hoffe, wie ich. Gleich klatscht es aber kein Beifall. Ich freue mich. Bist du berührt? Was? Bist du berührt? Er hat sich gerade berührt, hat er gesagt. Das musst du doch nicht jedem sagen, Mann. Doch. Doch. Zeigen. Zeigen. Ach nein, ich kann immer zum... Nee, ich kann auch nicht zum Händler. Alter. Warum nicht? Oh, ich bin doch in der Händlerzone. Das ist doch wohl ein Witz, Alter. Ich kann nicht auch mit dem Spiel. Ja, denn es wieder was? Wie lange geht denn der Buff noch, Frosty? Ähm, eine Minute noch. Hallo? 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 Äh? Nehmen wir doch hier mal rein. Wer schreibt bisher hin, dürfen wir an? Ich bin's nicht. Ich bin's nicht da. Mr. Spidey. Mr. Spidey. Mr. Spidey ist hoch. Ass. Mörder. Ja. Jawoll, Fahrzeug verbraucht weniger Triebstoff. Schwierig. So, Quiz. Das ist mein Nissu. Ja. Besser ist das. Paypass, please. Paypass, please. Renne, den, 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 den. Den kann ich auch ein bisschen leiser. Renne, den, 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 den. Ist auch ein Schalldämpfer für? Ne Mod bestimmen der. Gibt's auch was für ein Rad zu fahren? Ja, bestimmt. Oh, was interessant ist hier? Hier vorne auf dem Dach, oder was? Auwa. Auf dem Dach, auwa. 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 Nein, nein, nein. Oh Gott. Du brauchst mich nicht schrappen. Ne, dran weiter. Frusti, hast du eigentlich nur das Wave-Mikrofon, oder hast du auch dieses Wave-XLR? Ne, ich hab nur das Wave-Mikrofon. Okay. Weil das läuft ja über USB. USB. Ja, aber, was eben aber sehr schön ist, dass du die Kanalsreinung machen kannst. Ohne irgendwelche große Software noch von anderen Anbisern. Hm, ja. Hallo. Na, ihr kleinen Zirkel? Hallo. Ja, wir haben einen Wave-Mikrofon. Wir haben mich tatsächlich auch noch überlegen, obwohl ich zwar das Beste, eigentlich das Bessere habe, das ist ein Mikro, aber das mit den Kanälen ist schon ziemlich geil eigentlich. Da muss man gucken, ob das passiert. Jetzt kann man mir. Hat sein, mir auch schon, ich gehe über, ich gehe über, ich gehe über, ich gehe über. Nein, meinst du das? Hat das jetzt? Dann hat man auch so lange, ich habe mich auch schon kaufen, dann habe ich auch die Wave-XLR. Ja, 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 genau. Da wird einfach die Geschmister, ich hoffe, du hast die Software auch. Ja, so. Weil, ähm, dein Mikrofon würde ich auf jeden Fall eh annehmen. Da bin ich ganz offen und ehrlich. Ja. Du hast ja schon mal eingestellt. Ja, was hast du, die Schuhe, oder? Ja, genau. Und das ist echt mit eines der Besten. Das stimmt, ja. Kostenpreismäßig. Wir haben mit dem XLR noch mal so die XLR, der mit dem Wave. Aber wie gesagt, nimm das gleich XLR als, äh, so zu sagen, als Interface. Und so hast du die ganzen Vorteile. Ja. Ja, aber geht ja noch, geht ja noch das GoXLR dann überhaupt? Ja, eben, das ist wegen, das muss ich jetzt mal gucken, dass das mal Sinn macht. Ja, kannst du ja eigentlich eine Reihe schalten, ne? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Das sind die Fragen, die ich habe. Ich habe keine Fragen. Ich bin die Frage. Ich habe keine Fragen. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ja, ich weiß es nicht. Aber ich weiß es nicht. Aber da ist es nicht. Nein, wer ist eigentlich hier schon wieder? Ist mir die Morbos? Alles gut. Ich habe gar nichts gemacht. Alter. Ach, warum hängt es denn so? Nein. Aber. Aber. Da kann man aus dem Spielplatz, alter. Bei Morbos Handıl? Tja, das ist nun... Alter, blick! Weil ich mal so einen anderen Winkels anfahre Wenn die Schlepp holen, werden wir anfangen, du! Ist ja unangenehm Aaaaah! Aaaaah, Jörn! Geht doch in die Richtung, sag ich so Die Schleppgelben Das sind schöne Gespräche hier Ach, Jörn! Ein bisschen Frost sieht immer so so Da haben wir immer den Frosten, hm? Da haben wir immer den Frosten So drückt sie ihre Liebe aus Liebe Liebe! Mit Hiebe drückt sie ihre Liebe aus Ich hab ja wieder nach Hause gehört, sei Dank Ist schon wieder so weit Ja Mami, darf ich nach Hause kommen? Nein! Nein! Aber ich will doch Nein! Hab ich gesagt! Zieh Leini! Wer bin weh! Hallo! Keine bösen Wörter Ja, ich bin ja Ah, Schlecken! Hat er nicht gesagt Anzeige ist aus Alles wegpipsen Alles wegpipsen Ich piep gar nichts weg Soll ich mal was essen Scheiße, ich hab keinen Sprit mehr Ich hab keinen Sprit mehr Äh, ja auch anders natt Können wir auch ein schönes Beer Der Hans früher bin Das wird sogar in Syr so unnüssig sein Und noch was soll ich denn das überhaupt machen Ander Ich mach die Dinger Ich mach die Dinger Rotz hier Klaus Hipp Klaus Hipp Klaus Hipp Ne, ist also Ah, du bist für immer Ah, schuld Okay, warum Nehm ich ja so nicht Dank für die Info Bitte Entschuldigung Entschuldigung So Nehm man auch so wie Rotz hier dran So Ich hab hier noch eine Menge Bücher Ich hab hier so orange Säger gefunden Orangenhaut Weil sie die ganzen Scheiße lassen sollen Ich schmeiße es eigentlich Müll mir einfach hier Ah, nein Dreck ist das gut Na ich hab jetzt gedacht Ich hab jetzt gesagt, das wäre für uste technisch Verbesserung Aber gut Wie musst du wissen Jut, jut Ok Dreckshaufen hier Das kann weg Das kann weg Das kann weg Das kann weg Achso, okay Der hat nur sein Geschäft abge... Also der hat blos sein Sohn jetzt arbeiten lassen Ah, so, deswegen Ah ok Stefan Oh, äh Da ist ne brennende Horde direkt aufm Weg zu uns Ja und zu alt, Alter Alle Namen fände Wäre ich zu hart Behind Behind our house Ach, sehe ich den ersten Alter Was denn? Bisschen Multikulti Sprache Ja, ja, ist ja Alles in Ordnung Ich habe den Händler falsch gesetzt Egal Oh, da kommen noch ein paar mehr Einfach, Alter 84 Jahre alt ist, achso So, haben wir hier irgendwas Wichtiges Was ist denn für den Lärm, hä? Was ist denn los? Geballert Geballert wird er Ja, wurde geballert Sind alle tot Wurde Alle tot, alle kaputt Schaut 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 Ja, haben wir voll aus Ist irgendwie nix, was man gebrauchen kann, ne? Ich bin immer noch 29 überladen Würde ich mich verarscht Geil 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 Also sind wir oft geil, ich kann das sein Also irgendwie, mach ich mir langsam so Boah Deswegen nehme ich Anti-Viagra Anti-Viagra Aber auch nicht, ey Damit ich, nämlich das Tier im Zaun halten kann Oh Gott, ich muss brechen Oh Gott, ich muss brechen Ich hab grad Schwarz vor Augen Oh, so haben sie nicht gesagt, ich hab vonsehen Oh, ich schmeiß mich gleich für das nächste Zombie, ey, wenn es so weitergeht Ich hab mich nicht mehr an Erwart Ach, fang damit wieder an Das wird gefekt, was wir gar nicht mehr an Oh, okay Was? Was? Das ist so, hat man nicht verschanden Besser so Gut, dann sagen wir uns, du für Frosti Wenn das Tier in mir erwacht Dann wird gefekt, was mir das macht Oh, haha, was? Fui Fäschel Kann man sich hier auch einen Freitod nehmen? Ne, ne? Fug, doch Ja, Scherben essen, weißt du auch Ach ja, stimmt, die Geschichte Hahaha Die Geschichte, da war was Und ich opfer mich die ganze Nacht Bis im Viertel Nach Ach Was hast du gesagt? Doch, halb so Na, acht Nacht acht Hat man hier mal Schichtbrot, weil ich hier gemacht? Nein Und so ein bisschen da Schlecker kam Ja, mehr Kohle konnte ich nie Ja, mehr war ja nicht da Er hat doch wohl so mitgebracht Ja, aber Nitrat ist keiner da Was soll ich denn machen? Soll ich mich aus dem Arsch zaubern, oder was? Ja Ja Wunschträume Also wenn neulich das Tier in sich erwägt Dann ist es aber sein letzter Akt Geh jetzt mal da raus hier Wieso letzter Akt? Da geht es ja so richtig los, der Tanz Oh, nein Der Tanz der Moleküle geht dann los, oder was? Ja So, für den Armchen muss ich da auch mal herstellen Also herstellen Schielen Na, ich finde mir wirklich lebeband Verfluchte die Genelle Darf ich mal ein Fester an? So Hast du sogar gesagt Verfluchte die Genelle? Verdammte Genelle Verdammte Genelle Aber ich dachte mir, du sagst mal ausnahmsweise mal nichts So, sonst heißt es dann wieder, du wirst ja nur verdaut Ja, Frosti hat das gesagt Frosti hat das gesagt Frosti hat das gesagt Kennst du das nicht? Nein Solche perversen Sachen kenne ich nicht, nein Kulturbanausen, ey Kulturbanausen, weil du so pervers bist Ekelhaft Pervers Perversi Perversi? 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 Perversi Perversi Ich pack ja alles, wie es ist mir so Mama war für mich so Oh nein 15 Minuten Fisch Du bist veräppert Oh Oh Ich mach den Bein an meinem Gefließkriegen oben da Das wäre ein bisschen dumm, ne? Ich hab mich so verbergen hinter mir Du vielleicht nicht So genau Hinter mir ist ein Ja Sagst du Was? Sag ich ihnen was weißen Sag ihnen das weiß ich Dann müssen wir das Zimmerzüger vom Kinderzimmer Ist noch keiner wach von denen Ja, ist ein wach, aber Einig ist ein Kinderzimmer Einig ist ein Schlafsimmer Also Den wach um 12 Ähm Schwimmen Alles versteht? Nee, ne? Verband Ah Ich hab da gewusst Ich müll mich hier vorne als noch eines macht Oh, ich sehe noch Ja Also alles wie graut und rüben hier Der ganze Scheiß Was ist denn jetzt so? So Das haben wir hier Haben wir noch ein bisschen Davon Haben wir noch ein bisschen Mazing Da ist Schienbauen Schienen Was wird mir für Schienen Der bewandtaschen Machen Er hat dabei Ich bin noch dabei Ich lebe Band zu machen So was habe ich jetzt Oh ich habe den nächsten Kühlschrank Da bietet immer Nein oder gibt es klamotten und repair kids ist ja geil tausende milliarden sahen hier geil ich mir deinen also sagt halten sich mal ein bisschen zusammen was denn sein rucksack geben kann ist ein automaten was habe ich gesagt was habe ich gesagt statt automaten und schränke oder sowas das ist so gruselig nichts die ganzen waffenteile das müssen was drin durch die nacht das ist inventar halbautomatik automatisch proben flächen schaden hat das kann ich doch kann ich noch so viel messing eigentlich hier ja also noch der 25 25 messing was ist das hier eisenbrecher da ist drauf gescheiß natürlich alles andere macht ja keinen sinn aber ich mache das auch immer so abend aber ich fasse am schlafen auf dem sofa mit dem handy und dann wir sind auch noch auf kisten also kisten mit büchern sortiert das ist ja schon das und augenkrebs habe ich alles erst mal wenn wir mal ein neues namen liefsten aus den nummern mit nägeln kraft würde ich mal gucken wann ich sie bauen kann oder wie ich die bauen kann molotov interessiert mich alles macht die sau platt da ist der lucky looter last soldier unlock the recipe to craft a gunsmithing workstation jawohl sehr geil microwave & coffee maker ich kann den ofen eine blueprint workstation sehr geil das kannst du alles freistalten techniken kann ich netten trades man auch mit x x lage war das ne storage & comfort wo ist denn das naja ich habe guten hunger lass dich schmecke ich hoffe es klappt so einigermaßen hier also bei level 100 kann man die kisten erst machen bei level 100 aber noch 11 aber ich lange nicht mal große meint da smith smith gunstation 50 eisen ambus wo habe ich den ambus hingepackt ambus den brauche ich jetzt so ich den ambus hingepackt scheiße nimm ich stehe da oben raus ist mir egal kurz den ganzen mit anbräuchende batterie geschmiede des eisen das gefühl habe ich auch gerade was fehlt hier noch fehlen zwei geschmiedete stahl die man stahl einstecken zu verlegen irgendwo muss also wenn nichts in den kisten ist dann so weg muss ich kurz stahl besorgen und wer einmal zweimal und damals schon sehr gut dass der bär ist die zu schwer nein den bären ist nicht also den bär ist nicht so schwer ist richtig außer er aber noch nie in Ruhe ganz zack sechs minuten und 18 minuten also ich mache die armorsmiths workstation und die gunsmiths workstation gerade sehr gut ok mal übernussieren kraft geschoss spitzen so ich esse es halt nur einmal am tag absolut natürlich wenn ich um vier uhr morgens aufstehe also um sieben uhr mein erster master sonst ist echt so sich genauso doch haben wir ganz sagt voll so ein bisschen mein lieblings essen lieblings essen gute frage ich hab so viele schöne sachen ein paar schwein auf tost ein viertel schwein es gibt aus allen möglichen rechnungen so ich habe kein charakter 7 essen eigentlich nachspeise ich hab mir erstmal schönen zutaten geholt schön für waffeln ich mache schön am wochen waffeln ist auch geil also soll jetzt nicht böse klingen aber die zutaten hatte ich immer zuhause für waffen ich nicht mein waffeleisen ausprobieren kann was schon seit drei vier jahren vor sich in waffeln ist ein bisschen stark sagen heißen kirchen oder damit mit nichts da war noch so viele so viel eisen das ganze eisen schon wieder auf warte ich habe hier noch was ja ich muss ja wieder noch ein werkzeug machen eisen schaufe eisen klamotten muss ich noch kraften das noch händels die man noch holz einstecken ich brauche 5000 wir hatten eigentlich ja verbände in der werkbank reingesteckt verbände die werkbank reingesteckt die scheiße müll sie ganze karre zu ihr mit dem rotz was soll der scheiß da drin und ich schmeiß alles raus das sehe ich jetzt nicht mehr wir brauchen neue kisten wir brauchen größere kisten wir brauchen geile beschriftbare kisten da muss ich noch level 100 muss ich werden absolut blut gäst mich auch voll an noch einmal herstellen echte ein monate 15 kilo obwohl damals wo ich die scheiße hatte da habe ich innerhalb von zwei monaten glaube ich fast 50 viel abbeleisen klebe kunststoff und sich hier noch bei welcher größe mal die war noch script iron da habe ich nur noch mal auf dem schlafsack dann bist du aber ich sagte ja das haben wir auch microwave eisenmechanische elektron schätze ich kaufe mich auf der karte nicht mehr bewegen das scheint auch ein bug zu sein es wird auch alles das kann ich hier bauen hier kann man klamotten bauen kleidung kaffee ist fertig kraft krafting skills erfahrst du mit dem essen oder auch hundert ich gebe den tipp immer ganz viele kleine portionen essen das ist das beste was man machen kann glaube ich in dem moment kraft 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 Hä, wie heißt das was ich herstellen soll? 2 Red Meat, wie mach ich das denn? Achso. Blueprint Workstation, kurzes Rollen. Hallo, hoch! Das ist Spaß! Völlig verbrannt. Ach man, warum kann ich die Map nicht bewegen, das ist doch elend. Blueprint Geschmiede, oh 50 Stahlblombe für die Blueprint. Boah. Das ist doch elend, so kann ich doch nicht spielen. Der Magen spielt noch mal. Und sonst kriegt Drehchen. Täthischen. Noch über die Falle, was da ist, aber da habe ich überhaupt keine Ahnung. Tschöö! 150, ok. Stööö, kaka. Stööö, kaka. Stööö, kaka! Stööö, kaka! Stööö, kaka! Da bist du gleich ein Blueprint knackt. Ach du heilige. Ist sowas gefährlich? Wir müssen noch ein bisschen Wasser herstellen. Das ist aber eurer Mühe. Vielleicht. Haben die nicht gesagt, keine Ahnung. Aber dafür fällig sind, hätten sie was gesagt. Auf jeden Fall. Was sagt denn keiner, dass es so schöne Chili Dogs gibt? Initialisieren Welt. Ich gehe wieder von der Nachricht. Hä? Ja. Danke schön. Ich brauche mal diese Scheiße. Ah, auch nicht mehr. Geht wieder. Wo ist denn? 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 Wo ist denn die Schatzkarten? Ah, das sind Supplies. Machines Supplies. Machines Supplies. Na gut. Dann. Dann. Ja. Und dann. Untertitelung des ZDF für funk, 2017